Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trade Inside, denn Gokus kleine Tausch- und Verkaufsecke. Hier ist jetzt wieder ein Brief angekommen. Joa, dann lass doch mal reingucken, ich hab hier schon aufgerissen, die immer mit dem Tesafilm. Aber egal. Hallo Daniel, danke für den Trade. Deine Videos sind einfach klasse, mach weiter so. Gruß Philipp. Tja, ich erinnere mich an diesen Trade und bin froh, dass das jetzt auch gegessen, also dass der jetzt auch da ist. Es fehlen immer noch zwei Trades, die ich seit dem letzten Trade-Binder-Update gemacht habe. Die melden sich aber nicht mehr, von daher können die mich auch langsam mal kreuzweise so, ne. Also ich find das scheiße. Erst meldet man sich, will unbedingt was haben, dann meldet man sich auf einmal gar nicht mehr. Also das geht gar nicht. Tut mir leid, also das ist Kindergartenverhalten für mich. So. Wir haben ein Gagaga-Cowboy, eine wichtige Karte. Noch ein Horus Level 8, ich hab ja schon einen an den Tower jetzt geschickt. Tower, wenn du noch einen brauchst, sag Bescheid. Kannst du haben eine heimtückische Fallgrube. Moment, das sieht ja gerade nicht so schön aus. Ein Thunder King-Rio, mein Alter, mit dem fetten Knick oben. Das ist eher gesagt der gewesen vom GF. Dafür hat er meinen gekriegt. Sie kriegt ein Fossiler-Pachycephalosaurus. Und mein Handy vibriert. Ein Karten-Kavallerist. Eine oder zwei Instant-Fusionen? Ne, zwei Instant-Fusionen. Sehr cool. Tatatating. Yay, jetzt hab ich vier Stück. Sehr cool. Und noch ein Bonus. Ich hatte aber, warum einen Bonus? Na, egal. Schauen wir einfach mal, was ich hier für einen Bonus kriegen soll. Ich weiß nichts von einem Bonus. Und wir kriegen eine Karte, die sich nennt Buch des Mondes in Secret Rare. Krasse, kacke, erste Auflage. Cool. Tja, deine Karten sind bereit zum Abmarsch. Ich hab sie schon im Briefumschlag, also hab ich schon seit Ewigkeit. Ich hab alle gleich weggepackt aus dem Ordner. Ja, damit ich die auch direkt wegschicken kann. So. Es kommt dann nachher noch ein Trade-Binder-Update. Und ja. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder, wenn es heißt. Let's trade and sell Dengoku's kleine Tausch- und Verkaufsecke. Haus sein, schau sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku-Senpai. Tschüss, euer Dengoku-Senpai.